Brüder verspondert zur Freiheit, Brüder zur Lichter gewohnt. Hell aus den dunklen Vergangenen leuchtet die Zukunft davon. Für uns vertragstehend, dass wir eine gesetzliche Mühle aufbillen. Mein Name ist Kai Beunfer, ich bin Gewerkschafter. Insbesondere haben wir einen internationalen Arbeitskreis, der IG Metall, gegründet. Und unsere Hauptbotschaft ist eigentlich, dass sich die Arbeitnehmervertreter, die Arbeitnehmerrechtekämpfer, die müssen sich international vernetzen. Das haben wir auch getan. Wir waren mit den Kölner Betriebsräten von Ford, Federer-Mogul in China, haben uns mit den dortigen Mitgliedschaftsräten und auch Gewerkschaftern zusammengesetzt, haben versucht die Botschaft zu formulieren, die Grenze läuft nicht zwischen China und Deutschland, sondern die Grenze läuft zwischen den Arbeitnehmern in China und Deutschland und den Kapitalisten in China und Deutschland. Das ist die richtige Grenze und so müssen wir uns auch aufstehen. Was ist das, was wir uns auch aufstehen? Untertitelung des ZDF, 2020